Unser Oldtimer-Treffen findet ja heuer zum 16. Mal statt und machen uns schon das etwas zur Aufgabe, dass wir die Leute gut informieren und fachkundig informieren und wir freuen uns, wenn heute wieder zigtausende auf die Charesienwiese strömen und wir erwarten ungefähr 1000 bis 1500 Teilnehmer auf zwei und vier Rädern.